Keine guten Nachrichten für Verbraucherinnen und Verbraucher heute. Das beliebteste Getränk der Deutschen, der Kaffee wird teurer. Das hat Marktführer Tschibo angekündigt. Klaus-Rainer-Jagd ist an der Frankfurter Börse. Erst Öl, Gas und Strom, also das, was quasi die Wirtschaft, was den Motor am Laufen hält. Jetzt auch noch der Kaffee, das, was uns am Laufen hält. Wie kommt es zu dieser Entwicklung? Ja, in der Tat, Kaffee hält uns am Laufen. 450 Tassen trinkt jeder Deutsche im Schnitt pro Jahr. Bei manchen ist es sicherlich ein bisschen mehr. Und in der Tat, die Preise steigen. Der Marktführer Tschibo, das ist der einzige, der sich immer da in die Bücher schauen lässt. Bei mir sind es deutlich mehr als 450 Tassen im Jahr. Danke nach Frankfurt.